Servus Leute, wir sind hier nach dem Match gegen Gloucester. Wir haben 4 zu 1 gewonnen, aber trotzdem war es eine miserable Leistung von mir. Muss ich eingestehen und ich bin selber nicht zufrieden damit. Aber damit müssen wir auch leben, dass es auch solche Spiele gibt. Aber jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert, ne? Yes, yes, gib mir die Punkte, gib die mir! So, war das nicht ein schönes Spiel oder so? Das war wahrlich eine beeindruckende Demonstration eurer Fähigkeiten. Ihr werdet dem Ruf der Raimond Junior High gerecht. Was für beeindruckende Techniken. Sie prasseln wie Hagel auf den Gegner ein. Sie haben offenbar ein paar sehr harte Trainingseiten hinter sich. Oder was meinst du, älterer Bruder? Stimmt ihr zu, jüngerer Bruder? Könnt ihr euch nicht beim Namen nennen? Bitte lasst uns an eurem Training teilhaben. Eine hervorragende Idee. Bleibt eine Weile hier und gebt uns die Möglichkeit von euch zu lernen. Please. Okay. Brüder! Yes! Wahio! Bereitet ein Festmahl für unsere Gäste vor. Yes! Juhu! Juhu! Ein Festmahl! Ich liebe Fester! Das ist aus deiner Stimme geworden. Mark, ist das nicht großartig? Vielleicht wird Gläust der Divinity sich hier jetzt unserem Kampf gegen Aelis anschließen. Ja! Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja, ja, mal schauen. Können wir jetzt endlich mal futtern? Oder wir schauen jetzt einfach mal beim Training zu. Bitte amüsiert euch. Füllt eure Herzen mit Freude und Glückseligkeit. Wow, das ist so cool. Diese Genauigkeit. Als würde man Soldaten bei einer Parade beobachten. Timmy hätte daran seine helle Freude gehabt. Aber er ist leider nicht hier. Hab ich was verpasst? Was ist das? Wo ist der Festmahl, bitte? Kannst du nicht mal fünf Minuten lang aufhören, mit deinem Magen zu denken? Genau. Bist du hungrig? Hier, schaufel dir doch mal hinter deinem Grinseapparat das mal. Deutsch. Ein Reisbällchen! Wie gefallen dir meine Spezialreisbällchen der Marke SuperTurboschaf? Das haut rein, hä? Banyan! Jetzt reicht es. Ich hab genug von diesem ungehobelten kleinen Monster. Da bist du eigentlich selber schuld, wenn du sowas isst, ne? Wir kennen jetzt Banyan im Prinzip schon, ne? Und von ihm ein Essen? Ja, wie gesagt, selber schuld. Silia? Oh, bitte verzeiht Banyans schlechtes Benehmen. Worüber haben wir gerade gesprochen? Training. Ihr wolltet wissen, wie wir unsere tollen Techniken gelernt haben. Fragenzeichen. Naja, unser Geheimnis liegt darin. Wir verwenden diese Geheimnotizen, die uns die legendären Inasume 11 vor 40 Jahren hinterlassen haben. Faszinierend, diese Geheimnotizen zu studieren. Würde uns auch sehr interessieren. Oder nicht älterer Bruder? Du sagst es, jüngerer Bruder. Irgendwie muss ich jetzt an Dingsbums denken. An Kirkwood aus dem ersten Teil, ne? Mit den Gebrüdern. Was war das für ein... Wer ist mir umgefallen, bitte? Dann reißt mir die Decke nicht auf den Kopf. Ja, reißt mir die Decke nicht auf den Kopf. So sagt man das. Offiziell. Das ist das neueste Deutsch. Dann passt das ja wunderbar, wenn ihr uns gegen die Ali's Academy beisteht. Eine Hand wäscht die andere, ne? Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Habe ich recht, älterer Bruder? Jawohl, jüngerer Bruder. Wir von der Kleust der Divinity sind stolz auf unser konfliktfreies Leben. Wir kämpfen nicht gegen andere. Nö, das ist... Das nenne ich eher Flüchten. So werdet ihr nie stärker. Sie sind aber echt stur. In Ordnung. Da muss ich jetzt mal fragen. Warum könnt ihr es nicht leiden, gegen Leute von außerhalb zu spielen? Wie bereits erwähnt, sehen wir Fußball nicht als etwas an, das man für Wettkämpfe verwendet. Verstehe, aber wenn ihr bei der Football Frontier teilnehmen würdet, könntet ihr gegen viele tolle Teams antreten. Findet ihr diesen Gedanken nicht aufregend? Ho ho ho. Pff. Ho ho ho. Was bist du doch für ein kleiner, interessanter Kerl. Wie auch immer das gerade war. Also, pff. Ein alter Mann. Darf ich fragen, wer sie sind? Trainer, sie sind von ihrem einsamen, einsamen Konzentrationstraining abgetaut und zurückgekehrt. Ich häute mich. Ich häute mich. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Das müsst ihr nicht unbedingt wissen. Das ist euer Trainer, aber er war doch überhaupt nicht dabei, als wir gegen euch gespielt haben. Er verbringt viel Zeit oben in den Bergen und sucht dort nach Erleuchtung. Nicht wahr, älterer Bruder? So ist es, jüngerer Bruder. Zuletzt warlte er vor sechs Monaten unter uns, wenn ich mich nicht irre. Sechs Monate? Das ist aber eine sehr lange Zeit, um als Trainer sein Team allein zu lassen. Genau. Dein Name war Mark Richtig. Darf ich dich etwas fragen? Mark? Warum bedeutet dir die Football Frontier überhaupt so viel? Warum? Wenn Fußballspielen deine Leidenschaft ist, warum legst du dann so viel Wert auf Wettkämpfe und Spiele? Aber es war immer mein Traum, und der meines Opas, in den Finale der Football Frontier zu gelangen. Dann sag mir, was nun, da dein Traum in Erfüllung gegangen ist? Und was kommt als nächstes, wenn Alias besiegt wurde? Und als nächstes, deine Liebe zum Fußball ist unglaublich groß und dein Herz ist rein. Wenn du weiter wachsen möchtest, warum erforscht du nicht andere Pfade, andere Möglichkeiten? Andere Pfade? Meinen sie etwas anderes als Fußball? Spinnen sie? Nicht notwendigerweise. Auch Fußball selbst gewährt dir noch vielfältige Möglichkeiten. Nimm zum Beispiel deine Position. Du könntest versuchen, auch eine andere Position als der des Torhüters zu spielen. Eine andere Position? Hier, ich lehre dich eine ganz besondere Spezialtechnik. Die Technik magisches Haupt. Aber das wäre auch mal interessant zu sehen. Mag nicht als Torhüter. Magisches Haupt? Das klingt genial. Was für eine Art Technik ist das? Es ist die perfekte Spezialtechnik für jemanden wie dich, der viel Erfahrung als Torhüter gesammelt hat. Als ich dich beim Spielen beobachtet habe, wusste ich instinktiv, dass du sie gut einsetzen würdest. Mal sehen. Aha, Kraft sammeln. Dann den Kopf einsetzen. Und bumm. Nein, falsch. Peng. Bum, beng, bum. Bleib noch ein Weilchen hier, während du über das nachdenkst, was ich dir gesagt habe. Befreie deinen Geist und du wirst die richtige Antwort sicher finden. Die Antwort? Mark, alles in Ordnung bei dir? Ähm, oh ja, alles in Ordnung. Jeder sagt, es wäre eine gute Idee, eine Weile hier zu bleiben und sich alles anzuschauen. Warum nutzt du nicht einfach die Gelegenheit und spazierst du ein wenig hierherum? Du hast recht, ich drehe mal eine Runde und schaue mich ein wenig um. Oh, Mark, da gibt es noch etwas, worüber dein Team nachdenken sollte. Komm doch bitte zum anderen Ende des Fußballplatzes, wenn du bereit bist. Technik weitergeben. Ach so. Okay. Konnte man, glaube ich, in Go 1 auch schon, aber habe ich nicht verwendet. Naja. Aber, ja. Dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Schau dich ein bisschen um. Okay. Danke, Spiel, dass du das bestätigt hast. Meine Finger werden so schrumpelig, weil sie so schwitzen und werden so schnell schrumpelig. Ich mit meinen Problemen, gell? Meine Haut, wie heute sehe ich. Okay. Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja. Wenn Mark jetzt eine andere Position einnimmt. Wer soll in das Tor bitte? Wir haben keinen Torhüter. Obwohl, wir hätten schon Torhüter hier. Na, hier. Hier. Hier ist ein Torhüter. Okay. Äh. Sollen wir da lang? Du schaut noch. Es geht weiter aus. Deswegen schauen wir uns hier ein bisschen um. Hallo. Sagst du was Neues? Die Leute erzählen sich, dass der Trainer der Cluster Divinity über 300 Jahre alt ist. Ist das... Das ist aber bloß ein Gerücht, oder? Hoffentlich. Okay. Dann lass mich hier alleine. Warum tust du sowas? BUSCH! Immer diese Jumpskeers, ne? BUSCH! Na, BOYISH! Was für ein Name. Aber bleib im Ballbesitz. Du kannst mich mal. Besonders für einen neuen Spieler. Obwohl, ich hab das Gefühl, man muss die Spieler nur antreffen normal. Nicht sie besiegen oder halt gegen sie spielen. Passt auf Scott Bunyan auf. Landfroh, Landfroh und dann Landfroh. Okay, wenn du meinst. So, da haben wir uns schon umgesehen. Jetzt schauen wir mal, was hier los ist. Hallo? Ich hab gerade Scott Bunyan in das Bambuswäldchen links neben der Schulter gesehen. Gehen gesehen. Gehen sehen. Der wird ganz bestimmt etwas im Schild. Wahrscheinlich wieder einer seiner Streiche. Hallo? Herausforderung in der Kleister Divinity. Regel 2. Verbrauche nicht mehr als 30... Was? Nicht mehr als 30 Zentimeter Toilettenpapier pro Tag. Ua. Echt? 30? Ich möchte mir nicht vorstellen, wie ihr euch in euren Hintern putzt. Herausforderung der Gleiser Divinity. Regel 1. Stärke dient dem Gedeihen der Persönlichkeit und nicht dem Wettkampf. Okay. Gut. Schlecht. Herausforderung. Regel 3. Nicht mehr als eine Extraportion pro Tag. Was? Extraportion. Das ist ja nicht so schlimm. Warum ist diese Regel da recht so streng? 30 Zentimeter. Stellt euch mal vor, wie wenig das ist. Und wenn ihr mal richtig kacken wart. Ja, ich weiß, das ist grad ekelhaft. Aber stellt euch mal vor, da braucht ihr unbedingt mehr. Als 30 Zentimeter. Bäh. Bäh. Ich muss mir grad vorstellen, wie Banyan Jack das Essen gegeben hat. Mit blusen Händen. Nein. Regel 4. Putzt ihr vor dem Schlafengehen die Zähne. Ja, das ist schon gut. Ich stimme ja irgendwie über einen. Oder ich stimme zu. So heißt es eigentlich. Euren Regeln. Nur diese Regel jetzt nicht. Und 5. Tauer jeden bis mindestens 30 Mal. Wenn ihr meint. Ist. Ja. Gut. Ist zwar auch ein bisschen übertrieben. Aber noch lange nicht so übertrieben wie diese Regel hier. So, schauen wir mal. Hey, 30 Jahre. 30 Mal 10 Jahre Erfahrung haben mich gelehrt. Das muss man einfach sein Neues lernen. So. Ja. Irgendwie so. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Ne. Ne. Äh. Ich würde sagen. Der Spieler hat keine Technik, die er weitergeben kann. Oh. Das muss man sich auch suchen. Oder was? Hat Mark eine. Weil laut Story war es eine. Ne. Sharp. Frost. Ne. Also nix. Achso. Ich glaube. Die Techniken, die man den Leuten lehrt. Ne. Das meinen die wahrscheinlich. Ja. Ich check's. Ich check's. Weil ich habe noch keinem was beigebracht. Manuel. Mit Manuel. Pff. Ha ha ha. Der war kaut. Der war gut. Du 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 du. Was ist denn hier los? Silja, was? Psst. Wir haben alle hin. Hier kommt er. Mein super genialer Ultra Hyper Wander Sprung. Wunder Wander. Noch ein Versuch. Sieht er uns nicht? Ist das nicht Banyan? Er ist schon die ganze Zeit hier und hat diese Technik bestimmt schon mal hundert Mal probiert. Noch ein Versuch. Jetzt klappt es aber. Was heißt das? Er ist so schlecht. Er ist so schlecht. Er wirkt nicht so, als hätte er jemals vorher schon mal Fußball gespielt. Ja, das habt ihr jetzt gehört. Oh, ihr seid es. Seid ihr hier, um mich auf den Arm zu nehmen? Banyan, warum bist du immer so abweisend? Wir sind doch gar nicht hier, um uns über dich lustig zu machen. Beruhigt euch, ihr beiden. Banyan, warum bist du eigentlich hier draußen zum Trainieren? Na, auf dem Fußballplatz lassen sie mich nicht trainieren. Was? Ich verstehe. Daher bist du hier draußen und trainierst ganz alleine. Du musst Fußball wirklich leben. Ich, äh, das geht euch doch überhaupt gar nichts an. Macht euch vom Acker. Ihr seid nervig. Warte doch mal. Du bist viel zu nahe am Ball. Nimm etwas mehr Anlauf. Halt die Klappe. Ich weiß, was ich tue. Bei der ganzen heißen Luft, die du ablässt, kann ich mich ja unmöglich konzentrieren. Warum kriege ich diese Technik nicht hin? Oh, ich kann es nicht... Ich kann es einfach nicht fassen. So wird das doch nie funktionieren. Sieh doch, wie schnell er sich bewegt. Käpt'n? Hast du nicht gesagt, dass er diese Technik etwa hundertmal probiert hat? Ernsthaft? Er ist nämlich überhaupt nicht außer Atem. Stimmt, aber... Jetzt, da du es sagst, fällt mir auf, dass er auch die ganze Zeit nie langsamer geworden ist. Ach, gleich noch einmal mit mehr Gefühl. Ich denke, er hat vielleicht doch ein paar nützliche Fähigkeiten. Wanyan! Was willst du jetzt schon wieder von mir? Komm doch bitte mal mit mir zum Kapitän-Kick. Wir müssen ihm zeigen, was du drauf hast. Was laberst du da? Ich glaube, dein Team hat noch gar nicht bemerkt, wo deine wahren Stärken liegen. Wenn sie dich mal in Aktion erleben, lassen sie dich vielleicht Fußball spielen. Hast du einen Sprung in der Schüssel? Die würden mich niemals mitspielen lassen. Ich verstehe schon. Du hast Angst. Dafür musst du dich nicht schämen. Was? Das ist doch nicht wahr. Ich habe höchstens Angst, dass sie mich mit meinen genialen Techniken zu Tode erschrecken. Also zeigst du es ihnen jetzt? Keine Sorge. Marc, ich und der Rest von uns werden dabei sein und dich anfeuern. Werden wir? Auf geht's. Warum auf einmal so freundlich? Naja. Auf geht's. Tut mir leid, Marc. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist sie nicht mehr zu bremsen. Schon in Ordnung. Ich glaube, das hat sie von dir. Blau. Findest du? Beeilt euch jetzt mal. Okay, okay. Kein Stress, Frau. Söderle. Aber Leute, das war es wieder mit diesem Part. Und ich werde jetzt mal eine Pause machen. Vielleicht hier jetzt schon die Session wieder beenden. Und jetzt mal wieder gründlich gegen die ganzen Spieler hier antreten. Ich habe ja lange noch nicht gegen alle neuen Spieler gespielt hier. Und ich schaue, ob ich Peeper die irgendwie finden kann. Naja. Aber Leute, macht's gut. Und wir sehen uns dann, was Scott so drauf hat, ne? Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part erfahren. Und wer möchte hier noch Hallo sagen? Hm. Ich kenne euch doch noch alle schon irgendwie und so. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Und du verlierst Punkte. Du bist ein Verlierer. Spiel halt die Klappe, ey. Und du bist ein Verlierer. 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 Und du bist ein Verlierer.